Fernweh, die Reisereportage. Heute Queensland, endlose Weiten, das kleinste Oktoberfest der Welt und der Charme der Pfingstsonntagsinseln. Natur im Überfluss und weites Land, schier endlos bis zum Horizont. Das ist Australien. Geologisch eine der ältesten Landmassen der Erde. Hier konnten sich Wind und Wasser abermillionen Jahre Zeit lassen, um unterschiedlichste Landschaften zu formen. Das von der Sonne gegerbte Outback, das wilde Hinterland Australiens, gehört zu den letzten nahezu unberührten Gebieten der Welt. Eine Landschaft voller Versprechungen und Abenteuer. Unsere Fernwehreise führt in den Nordosten Australiens nach Queensland. Der Bundesstaat, beinahe fünfmal so groß wie Deutschland, besitzt Naturwunder wie das Great Barrier Reef und die Whitsunday Islands. Tausende Kilometer überwinden wir im Outback, um Longreach, Winton, Janda und den Bajamala-Nationalpark zu besuchen. Unser erstes Ziel aber ist der tropische Norden mit der Stadt Karns und dem Daintree-Nationalpark. Hier ist die Heimat der Kukujalanschi-Aborigines.